Wie kann ich müde sein? Jetzt schnapp ich mit den Füßen und wacke mit dem Bauch. Ich schütte meine Schultern und meine Hände auch. Ich recke meine Arme, die Beine machen's noch. Ich klatsche in die Hände, nun bin ich wieder wach. Ich schütte meine Hände, du bist die Beine.